Hallo und Willkommen. Ich bin Meister Lehnzehr and you're watching Get Germanized. German Stories read slowly. Today Max und Moritz. Erster Streich. First Trick. Eine Bubengeschichte in sieben Streichen von Wilhelm Busch. I am bored. What should I do? Ah, ich weiß. Get Germanized. These videos are made possible by my supporters on patreon.com slash getgermanized. If you like this video, consider supporting the channel. Let's get started. Lasst uns anfangen. Mancher gibt sich viele Mühe mit dem lieben Federvieh. Eines Teils der Eier wegen, welche diese Vögel legen. Zweitens, weil man dann und wann einen Braten essen kann. Drittens aber nimmt man auch ihre Federn zum Gebrauch. In die Kissen und die Pfühle. Denn man liegt nicht gerne kühle. Seht, da ist die Witwe Bolte, die das auch nicht gerne wollte. Ihre Hühner waren drei und ein stolzer Hahn dabei. Max und Moritz dachten nun, was ist hier jetzt wohl zu tun? Ganz geschwinde eins, zwei, drei, schneiden sie sich Brot entzwei. In vier Teile, jedes Stück, wie ein kleiner Finger dick. Diese binden sie an Fäden, übers Kreuz ein Stück an jeden. Und verlegen sie genau in den Hof der guten Frau. Kaum hat dies der Hahn gesehen, fängt er auch schon an zu krähen. Kikeriki, kikeriki, tak, 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 da kommen sie. Hahn und Hühner schlucken munter jedes ein Stück Brot hinunter. Aber als sie sich besinnen, konnte keines Recht von hinnen. In die Kreuz und in die Quer reißen sie sich hin und her. Flattern auf und in die Höhe. Ach, Herr Je, Herr Jemine. Ach, sie bleiben an dem Langen, Dürrenast des Baumes hangen. Und ihr Hals wird lang und länger, Ihr Gesang wird bang und bänger. Jedes legt noch schnell ein Ei, Und dann kommt der Tod herbei. Wittwe Bolte in die Kammer, Hört im Bette diesen Jammer. Ahnungsvoll tritt sie heraus, Ach, was war das für ein Graus. Fließet aus dem Aug, ihr Tränen, All mein Hoffen, all mein Sehnen. Meines Lebens schönster Traum, Hängt an diesem Apfelbaum. Tief betrübt und sorgenschwer, Kriegt sie jetzt das Messer her. Nimmt die Toten von den Strängen, Dass sie so nicht länger hängen. Und mit stummem Trauerblick Kehrt sie in ihr Haus zurück. Dieses war der erste Streich, Doch der zweite folgt sogleich. This was Max und Moritz, Eine Bubengeschichte in sieben Streichen. Der erste Streich. If you enjoyed this video, you know what to do. Leave a like, subscribe and follow me on my social media. Links can be found in the video description. And apart from that, thank you very much for watching. Don't forget to get germanized. Goodbye and auf. Wiedersehen.